hier ein Eisenschwert drauf ich baue mir mal eine Kiste wo ich mir die Wertsachen rein tue, damit ich nichts verlieren naja, ich packe jetzt erstmal gleich das... weil du noch Eisen brauchst, kann ich dir was geben ne, ich hab doch gerade ein Eisenschwert gebaut Eisenschwert... haben wir noch Pfeile um, oder mach ich uns mal ein paar Pfeile? äh, wo hast du nur die ganzen Federn und so hingemacht? ich hab welche oben die sind alle oben na toll ganz toll ich tue hier das rein, was ich nicht benötige brauche ich die Axt noch mal Marie, generell sollte hier oben eigentlich nichts fahren, wenn wir Glück haben muss mal ein paar Fackeln oh, ich hab nen Zombie gehört, äh, du hast den gehört, oder wer auch immer? ich bin gehört da haben wir ein paar Pfeile, um was zu essen, Zuckerkerns, Weed, da kann ich mal ein bisschen Brot ausmachen gleich dann jeder ähm ähm Kokorbinz Maschrum äh, zwei verschiedene Pilze ey, wir haben zwei verschiedene Pilze, weißt du was das heißt? ich kann eine Pilzruppe herstellen du 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 wo sind meine, wo hast du jetzt hier diese komischen Formen hingemacht? Sind die auch hier? ne ist da alles drin ach da da sind auch zum Beispiel ähm was ich noch brauche ist dat äh weed ich fühl mich bei den Kisten nicht mehr zurecht ne oben ist Lebensmittel, müssen wir uns mal einrichten ich hätte den nicht oben hinstellen sollen, ich brauche nämlich irgendwie was nachher ne ich glaub das wie ging das nochmal äh ach vier Pfeile hab ich gemacht hast du noch ähm haben wir noch irgendwie so hier dieses ne nicht Gunpowder dieser Stein den man kriegt wenn man Gravel abbaut ja den ist der ist der ist der ist oben hoff ich mal, weil ich hab grad einen da rausgenommen von unten aus der Kiste ne hier oben ist auch nichts mehr, okay gut dann war das der den du genommen hast ne weil ich hab mir ein paar Pfeile gemacht äh der 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 Zombie sieht aber genial aus auf dem Texture Pack wo ist denn der? hier unten vorm Haus gleich ich geh da jetzt runter warte mal der sieht richtig verrotten aus der Typ, der läuft hinterher boah ey Digga der läuft dir regelrecht hinterher ums so rauszudrücken also er ich hab grad mal abgeblockt der hat mich trotzdem getroffen im Schwert kann das auch nicht sein, dass du mal die Tür zumachen könntest oder so? ja, danke achso ich wollte Pilzsuppe machen das ging so oh oh eine Muschwurmsuppe also jeden Pilz sammeln den du hast ich trink die jetzt mal oh alter Schwede bringt die viel ich hab grad circa 5 Kolten dazubekommen der trinkt's auch noch aus, ey ne ist auch wichtig ich war doch fast tot wieder so los geht's ab und warte 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 ich muss noch äh paar Fackel machen dödü dödödödödödödödödödödödödödödödödödödö Wo ist die, wo ist die Kohle hin? ich sack das Eis da rein was ist? an alle die jetzt zuschauen die begeben uns jetzt in die Höhle es ist genau 17 Uhr und 31 ja sehr interessant den sand den packe ich mal in den ofen rein dann habe ich vielleicht glas für nachher jetzt kommen endlich ja momenten hätte ich nicht so dass das das euch zu fressen machen ein paar brote wie viel auch immer geht ja zwei brote für jeden so dass wie kann ich danach hast du noch hier das kann man auch mitnehmen da sind die samen zack zack und damit habe ich kann ich noch ein drittes brot machen so ich hole mal kurz von oben was immer noch mal ich geh schon mal vor zwei cook pork shop genau dann die steinspitzacke hier rein das meine feile können da bleiben so ich bin dann auch hast du die türen um zugemacht ja dieser pilzform der sieht gigantisch geil aus irgendwie bin schon in der hürde dann sprinte ich dir jetzt mal hinterher aber er kann ohne lange nicht spinnen nach hier ist meine crafting box von neulich noch hier waren wir schon unten gelaufen oder wollen wir da noch mal hin wie hier waren wir noch nicht hier gibt es mehrere gänge wo wir noch nicht waren da ist sandstone das heißt über das wasser vielleicht das ist kohle habe ich gerade gar nicht erkannt ja da ist eindeutig sand das sagt mir eindeutig dass da wasser ist ich wollte abhauen was ist das denn hier nur ist kein sonn oder ist eisen und das ist komisch aus irgendwie aus wie so ein sandstone eher wir holen jetzt doch bald wieder ein anriffsteck weg ähm na wo geht's denn ach du schon hier nicht hier nicht nein halt das fehlt da ist doch eine mine da waren wir noch nicht richtig ok er geht vor angst so ist aber hier unten hier geht auch weiter komm mal her ne warte lange schubst du mich mal bitte nicht runter erstmal die kohle ich wollte eben die viel kohle also ich nehme dafür meine billige spitzfackel äh die guten nicht nur für diamante und sowas ich hab noch eine gute dabei so da hinten hier da wo ich eine fackel auf dem ding gesetzt habe was los hier ist gerade so viel kohle oh also die kohle das ist ja oh denn scheint auf jemandem eine menge wasser zu sein und auch pilze die müssen wir wie immer mitnehmen weißt du ja ach warte wie kohle ist das du bist hier unser koch oder was ich glaube es ist ein telefon geh nicht ran nee das drücke ich jetzt weg das geht jetzt gar nicht im Witzfilm hallo oh nein ich geh gar nicht erst ran wenn die mich anrufen ach die schwerste auf Anrufe beantwortet ist nämlich den Akku raus schnell nein halt auf ach das ist aber auch blöd ich wollte gerade sagen wird Luke hier schaffen den Kampf mit dem Telefon zu gewinnen willst ja aber mitnehmen ich kann schwören hier hinter ist auch noch eine Hürde da ist Kohle was du mal schwörst mich wundert dass ich hier noch kein Vieh gefunden habe ich hab's gespürt oh hier ist eine Spinne irgendwo das ist irgendwo eine Spinne ich hab's gehört die kam von hier oben ich muss mich verarschen ne geh mal da lieber weg du bleibst zurück du gehst zurück in Deckung aber ich hab die ich hab dem da ist Gravel oder was war das hier mal da oh ne ey er wird den Kampf nicht gewinnen das Telefon ist wieder so ich werde mich mal eben kurz Newton ein ich werde das einfach klingen lassen das ist mir jetzt da haben wir so ein bisschen Musik im Hintergrund ist doch toll ja hier muss irgendwo eine Spinne sein oben pass auf du machst dann so ein Loch nach oben aber fliegen hier drei Creeper entgehen das wär ja auch geil ne jetzt kommst du von hier ich hör das von meinem Headset wir sind ganz nah das sieht aus ey ich hör die auch langsam ähm ein bisschen zauern mal lauter stellen jetzt hör ich da jetzt hör ich da auch hier ist ne Hürde oh ein Zombie Hallo Predorlin ich schieße mit den Bogen ab ne ne ist schon tot hab ein Zombie hau ihn durch hau ihn weg Junge what the fuck wie viele sind das das äh gib mir mal kurz Deck und ich mir mal den krank gefangen ach so ausleuchten noch ein Zombie ist hier ein Spawner weiß ich nicht ich futter mal irgendwas los abbauen hier leckt gerade irgendwas bei mir als hat wieder aufgelöst zwar die Creeps speichern jetzt sagen wir gehen wir nach hier oben mhm ich hab Angst Alter guck mal Achtung einer der schießt du musst du musst zurückschießen komm von da hinten ähm wenn du mal da hinten guckst hier oben hier oben hier oben hier oben da hau weg alter leck das gerade bei mir du bist das scheiß Vieh das stimmt er ist schon tot gib mir deine Pfeile die du aufgesammelt hast sechs Pfeile hier liegen hier wo bist du hier oben hier hallo hinter dir ach so genau genau um ein Feind fängt dann zu lecken ey richtig assin wo bist du jetzt schon wieder hin boah einen Moment mal hier muss doch irgendwas am laufen sein guck beschließen zack jetzt ist es euch besser ich bin hier oben das erinnern wir hier bald schon am duper mario macht der irgendwelche plattform wo wir rumspringen müssen oh meine erste steinspitzhack ist im arsch was ist hier oben nix zack muss ich auch mal was fressen oh da fällst du durch soll ich nicht hier noch soll die tue uns auch heißen ne ne da geh ich grad hin hier oben hast du auch was übersehen denn da geht da eine Höhle weiter oh mein Gott bin hier runter getrieben ich bin hier unten ne ja ja die scheiße jetzt muss ich auch kurz mal nachschauen was das hier ist mozilla schließen so da würde ich gar nicht ganz aufhaben jetzt ist sowieso ne unnötig wo bist du hin hallo das ist ein riesen Wasserfluss achso oh ohje und das sehr viel Kohle und sowas ist ach hier das Gravel nehm ich gleich mal mit ist doch Gravel oder ist das Erde ne das ist Gravel so mehr Pfeile und so und das gleich mal also ich würde nochmal deinen Sound ein bisschen leiser ich hör das hier ja und dann hören die aber nichts mehr ja aber dann macht es leiser oder so besser? ne 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 ja ja gut ich hab Kohle entdeckt ne ja ne ich auch ah hier haben wir ein paar steinchen ne ich hab's gehört ach jetzt jetzt sitzt es wieder hast du überhaupt so eins? ach du hast doch hier ne wir nennen jetzt keine Namen das wäre dann gleich wieder ne Nein, ich habe ein Raptor Gaming, ein Stereo-Headset. Ähm, ja. Also bevor ich mir ein neues Headset hole, meins ist jetzt bestimmt schon, für 5 Euro hat es echt schon gute Dienste geleistet. Ja, ja, Raptor Gaming, das kennt man nicht, glaube ich. Also es klingt auf jeden Fall gut, mein Headset, finde ich, aber, ähm, ähm, aber wenn es runterfällt, dann fliegen dauernd die Kopfhörer, muss ich mal wieder rumbasteln dran, ey. Und mir fällt das auch oft runter, weil dieses scheiß Kabel so blöd gemacht ist.